Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zu MutiGP Saison 2022-23 Predictions. Los geht's aus Japan mit dem Rennen. Heute um 8 Uhr live bei der Zone und auf ServusTV. Das Rennen gewinnt Fabio Di Guagian Antonio. Herzlichen Glückwunsch vor Jorge Martin. Dahinter auf 3 Fabio Cotararo vor Andrea Dovizioso. Dahinter auf 5 Stefan Bradl vor Alex Espagaro und Alex Rins. Und 8er wird Juan Sacco. So, das war's von der MotoGP Saison 2022 mit den Predictions aus Japan mit dem Rennen. So, das ist ein Lektor, das ist ein Ob- oder Good Ways. Ciao. Ciao.